So liebe Freunde, Sie sind jetzt hier am Rösler Stand auf der IWA und neben mir steht Walter. Hallo Dom. Walter möchte uns ein bisschen was über Sortiment von Rösler erzählen, so Repetierer, Geradezug und ja, Walter, dann sagen wir mal chill drüber. Ja, super, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen an die Zuseher von GearTester. Ich möchte euch ein bisschen unsere Produkte, unsere Firmen näher bringen und euch einiges erzählen von Rösler und von der Titan-Linie, von den Titan-Waffen. Also unsere Hauptlinie ist Titan 6 und Titan 3, ist ein klassischer Repetierer im modularen Baukastensystem, das uns möglich macht, eine unglaubliche Variantenvielfalt anzubieten. Also wir haben tatsächlich nur bei dieser einer Modellreihe über 200.000 verschiedene Varianten, die der Jäger, der Schütze sich heraussuchen kann. Also die eine schöne Waffe, die er sich so vorstellt und dafür, für diesen Zweck haben wir einen Konfigurator online gestellt, um das überhaupt darstellen zu können, weil ja einfach die Vielfalt immens ist. Und da kann sich ja der Schütze alles aussuchen vom Schaft, von der Lauflänge, von der Laufdurchmesser, Abzug. Ja, Gewicht und auch so alles. Also kann man alles sicher konfigurieren. Unbedingt mal ansehen auf titan6.com-Konfigurator. Ist eine spannende Sache, was man da so alles machen kann. Was würden Sie sagen, so warum eine Titan? Weil da gibt es ja irgendwie gewisse Vorteile auch, sagen wir mal, ich habe ja jetzt schon ein bisschen rumgetestet. Wir haben ja auch beim Hoop Day geschossen. Und ich muss sagen, zum Beispiel der Schlossgang ist wirklich butterweich, Abschlussgewicht und schon alles einstellbar, kann man alles konfigurieren bestimmt. Ja. Das denke ich mal, ist ja auch für jeden Jäger wichtig, dass man sich so ein bisschen, wie er ja schon sagt, zusammenstellen kann. So, jetzt haben wir natürlich erstmal hier die ganz normalen Repetierer. Jetzt gehen wir gleich mal rüber zu den Geradezug-Repetierer. So, jetzt sind wir bei der Titan 16 angelangt, Geradezug-Repetierer von Rösler. Ja, Walter, jetzt noch mal was drüber. Ja, es ist eine weitere Linie, die wir anbieten, die Titan 16. Wie gesagt, ein Geradezug-Repetierer, eine reine Drückjagdwaffe zum schnellen Schießen. Diese Waffe bietet einen Drehwarzenverschluss, Verriegelung direkt im Lauf. Wir haben auch hier, wie bei allen unseren Waffen, das Wechsellaufmöglichkeit. Also man kann hier wirklich auch die Kaliber wechseln, im Nachhinein, wenn man das möchte. Das ist sehr einfach durchzuführen über das Lösen von vier Schrauben und danach wieder das Befestigen dergleichen. Und ja, alle Waffen oder die wesentlichen Bestandteile von all unseren Waffen sind bei uns in Kufstein in Österreich produziert, also wirklich made in Austria. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, was auch vielleicht etwas interessant oder auch einen Vorteil bringt, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind mit nur zehn Mitarbeitern. Nichtsdestotrotz produzieren wir 2.000 Einheiten im Jahr. Das ist schon einiges. Also die wesentlichen Teile wie Systemhülse, Verschluss, Magazin, Abzugsgruppe werden direkt bei uns im Haus gefertigt. Die Läufe kaufen wir aus Deutschland zu von der Firma Lothar Walter. Also wir sind wirklich darauf fixiert, hohe Qualität zu verbauen und auch diese zu liefern. Und versuchen da uns für die, ja, etwas zu behaupten gegen unsere Mitbewerber natürlich. Richtig. Das ist ein kleines Unternehmen. Und die Kaliber? Gibt es auch ganz große Kaliber, so Magnum-Kaliber oder wie schaut es da aus? Ja, also die Kaliberpalette reicht von 2.2.2 Remington hinauf bis 375 Kruger. Ja. Also tatsächlich vom, ja, Fuchs bis zum Großwild kann man, ja, das passende Kaliber bei uns finden im Sortiment. Und, ja, unsere Kaliberpalette ist sehr weit gestreut. Wird sich doch einwandfrei, muss ich sagen. Also eigentlich für jeden Jägermann muss mindestens mal vorbeischauen und sich das alles anzuschauen. Weil wie gesagt, so eine Waffe mit so viel Konfiguration hat man nicht bei jedem. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die ganz kurze Rundtue, für den Bestand. Titan 3, Titan 6 und die Titan 16. Einwandfrei, danke schön. Super. Ich wünsche noch einen schönen, besten Tag. Danke für euren Besuch. Hat mich sehr gefreut. Dann gehen wir nochmal ein bisschen rum und schauen uns nochmal andere Marken und Firmen an.